So, und da sind wir wieder zurück. So, da... ...wo er ins Wellen herumpuncht. Ja, hier bricht meine Leistung so ein. An dieser Stelle. Okay. Das heißt, ich muss den Füller... ...ich brauch Eisen... ...so wie Gold. Die Motoren hab ich eingesteckt und blaue Kabeln brauch ich. Da unten bin ich auf... ...bis auf 28 FPS gekommen. Also es dürfte ein Steinbruch unten am Fülle liegen, dass die massiv viel brauchen im Moment. So, wo hab ich denn die Kabeln? Da hinten hab ich sie reingepackt. Die werden vermutlich nicht ausreichen. Ich nehm mir einfach ein Stick mit. Das leih ich mir mal aus hier. Hier, hier. Dann brauch ich ein hölzernes und goldene und eiserne. Glas. Toll. Wollen wir hier ein Glas. Hm. Wie brauch ich denn? Nicht viel, also... ...hier. Goldene. Da mach ich mir ja... Huch. ...ein Stick voll. Und von den eisernen mach ich mir auch ein Stick. Und von den eisernen mach ich mir auch ein Stick. Das ist unerträglich. 14 FPS. Ich guck mal was. Trotz 150% knapp. Hm. Ich hab dir gedacht, vielleicht kanthasia, dass das so viel zieht, aber... ...sollte ohne Probleme laufen. So. Jetzt hab ich alles. Das nächste werde ich hier überall alle Motoren rausreißen, was ich gerade nicht brauche. So. Ich fang da hinten an. Ne. Ich muss drinnen anfangen. Wieviel hab ich denn hier? Eins. Zwei. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei mal fünf sind 15. 15 Motoren hab ich eingesteckt. Das ist gut. Das passt. Das geht sich also ganz genau aus, wie was ich herausgerissen habe. Aber einer fehlt zwar, der ist ja verschwunden mal wieder. Tun sie anscheinend gerne. Aber wenn das System läuft, vom Füller, dann kriegt der auf jeden Fall genug. Sink. Weil hier schieben sechs Motoren alles rein. Hm. Wie mach ich das oben drüber? Ja, dann muss ich das jetzt einfach alles rausreißen. Hier kommt dann einer hin und hier. Okay, der würde sich aber hier mit verbänden. Das heißt, die Kiste muss um eines nach oben. Dass ich oben um zwei frei habe. Genau da, wo die Fackeln sind. Das wird scheiße werden. Um sich die Fackeln versetzen. Toll. Das auch noch. Hmm. Entschuldigung. so schalte ich ins wellen ab mache ich denn das so ich kann ja kiste so so So. Du kommst hier hin, den dämlichen Hebel habe ich auch angesteckt, das mir Platz wegnimmt. So, gut, der ist leer. So, weg damit. Sollte so funktionieren. Ne, verdammt, der verbindet sich, da muss ich außen rum gehen. So, dann brauche ich das Gate. Das ist Gold, oder? So. 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 So.